Hey hoi Leute, was ihr da habt? Willkommen! Zurück zu anderen wieder auf meinem Kanal, Mario Die Mese. Und ja, in diesem Video spielen wir Minecraft. Ja, die neue 1.19-Version. Ja, ich muss hier kurz... Kann man ein Sichtfeld einstellen. Ach ja, so vielleicht auch 14. So, ja, das ist mein neues kleines Minecraft-Projekt. Dort spiele ich halt einfach ganz normal Survival mit dem neuen 1.19. Und ja, schauen wir mal ein bisschen so, was so alles neu ist, was es so alles gibt. Ja, es kam ja lange kein Video mehr. Ähm... Da hab ich einfach... Weil ich gerade... Da drittsage halt die Motivation gefehlt hat, Videos zu machen. Ähm... Aber jetzt sicherlich in der Zeit wieder auf Minecraft-Projekt. Ähm... Macht auf jeden Fall richtig viel Spaß, Minecraft zu spielen. Deswegen... Ja... Ich hoffe, euch gefällt's auch. Ähm... Ja, ich wollte auf jeden Fall in diesem Projekt mal schauen, wie weit ich komme. Ähm... Ja... Ohne einmal zu sterben. Ich weiß auch nicht, warum ich kein Hardball eingestellt hab. Ähm... Aber... Ja... Auf jeden Fall... Sobald ich einmal in diesem Projekt sterbe, ist das Projekt auch zu Ende. Und dann... Ja... Ja... Das wollte ich einfach nicht sagen. Ey... Komm jetzt! Mane! Komm her! Das ist schlecht. Dann hätten wir auch... Vielleicht eine... Wolle für eine Clash. Ja... Ja... Ich mach kurz mal die Minecraft... Ähm... Ähm... Jetzt sie ein bisschen... Ähm... Leiser... So... Jetzt haben wir auch genug schon für Embed. Ähm... Aber... Was du mit Wolle... Ähm... Falls es... Noch geht... Oh... Wie nice! Direkt hier... Eigentlich... Eine Schlucht... Wisch auch... Dann... Direkt mal... Ja... Ich sehe jetzt... Aber nicht... Das ist nicht... Oh... 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 Ich lasse hier... Ein bisschen... Stein... Dann... Ja... Schauen wir mal... Ob es ein bisschen Eisen gibt... Vielleicht... Kopper... Oder Eisen sehe ich hier noch nicht direkt... Nope... Hier ist auch kein Eisen... Wow... Keine Schlucht... Ich denke... Ähm... Ich denke... Ich denke... Ich denke... Hallo, mutterfuckern! Oh, oh! Enemy spotted! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Endlich ein Ozean, wenn es überhaupt einer ist, aber ich hoffe mal. Endlich nach Jahren, endlich ein Ozean gefunden. Oh Gott. Und ist das kein Ozean? Ach komm schon. Mann. Ey, ich bin jetzt echt traurig, ne? Ja. Die ganze Reise von nichts. Ich suche eigentlich nur im Dorf. Ich bin letztlich bestimmt 80 mal im Dorf vorbeigelaufen. Aber hier sind ja noch richtig viele Berge. Ich werde auch gerade mit meinem Boot rumfahren und einfach hoffen, dass ich auf den Ozean stoße. Und das war's auch dann schon nicht davon. Ähm, das sollte jetzt eigentlich nicht weiter nach morgen. Ich glaube, es wird schon so lange. Und ich finde auch noch nichts. Das ist jetzt echt krass. Das ist jetzt echt krass. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Obwohl diese Folge extrem langweilig war. Ähm, weil wir einfach rumgelaufen. Trotzdem hoffe ich, euch hat's gefallen. Ähm, ihr könnt gerne, wenn ihr wollt, den Kanal abonnieren. Die 20 Abonnenten habt ihr ja schon lange eingeklappt. Ich glaube, es soll noch nie wirklich toll sein. Deswegen, ja, vielen Dank. Und das war's. Äh, mit meiner ersten Folge von dem 1-Nur-Sort-Projekt. Tschau!